Wann erreichen wir die Kolonie, um sie mit dem Kursstreikensender zu erfassen? In drei Minuten. Und wann ist der Anekdote? In zweieinhalb Minuten. Verdammt! Wir brauchen nur einen einzigen Schuss abzufeuern, um die Romulane in einem neuen Krieg einzustimmen. Er feuert! Nichts schon? Nicht auf die Kolonie, auf uns! Schilde rund auf 50 Prozent. Kommunikation und Transporte ausgefallen. Das war's. Wir können die Romulane nicht mehr erreichen. Froste, Dialog. Komm halt in tow! Spring asет! Malmögetrie ausgesilaelt! ARD Text im Auftrag von Funk Das war knapp. Ja, zum Glück hatte ich das Raumschifstransporter. Ja, wir sollten hier weg von der Absturzschwelle. Hier, zieh dir besser die Außenuniform an. Ich möchte nicht, dass man uns schon vor Weiten erkennt. Die Orbe 2 Lebenszeichen, 1.000 Meter in die Richtung. Es gibt viele Chancen, diese Mission noch zu beenden. Aber der Plan war, die Romulanische Kolonie im Überflug anzugreifen. Und unser Schiff ist Schrott, wenn ich es an den Trümmerhaufen nach hinten erinnern darf. Mag sein. Ein gut durchgeführter Botenangriff ist nicht zu unterschätzen. Die Romulaner werden das Wrack finden, zweifellos. Und 1 und 1 zusammen zählen. Aber wir sind nun zu zweit. Ja, aber ich möchte die Romulaner mal aufstecken. Wenn ein Fäsergewehr auf Überladung gestellt, kann ein Gebäude zerstören. Wir sind hier. 20 Meter von hier. Okay, aber jetzt mal. Was ist denn Thomas? Thomas, den ist nicht nach Geschwistern für diese. Versuch sie weiter zu beschäftigen. Ich bürsch mich an. Wennek, was war ich noch? ẽ went. Benek, Waffe auf dem Boden!